Musik Haben Sie das Geheimdokument, Mr. Wang? Ja, natürlich. Aber dieser Schand verfolgt mich. Hm. Haltet ihn auf, Männer, und die beiden anderen Typen auch. Ja, Herr. Bringen Sie mich jetzt zu Mr. Kawasaki. Ja. Kommen Sie. Kommen Sie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Jaaa! Ah, ah, ah! Ach, du warst! Hey! Aufhören! Kümmer die euch um Wang. Ich werde mit denen allein fertig. Gut. Ich werde mit denen alles gut verliegen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wieso ist dir Mr. Kawasaki noch nicht hier? Herr Tom, er ist hier. Ich bin schon lange hier und hatte eigentlich geglaubt, sie früher zu treffen. Was soll das? Pfeifen Sie die Kerle zurück. Haben Sie die dreieinhalb Millionen Dollar? Dann kriegen Sie das Geheimdokument. Aber sicher. Nur werde ich das Geld wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Sie werden mir das Dokument auch so geben. Arnedo, erledigen Sie für mich seine Leute. Aber sicher. Ja. Achtung! So, nachdem wir das Geheimdokument zurückhaben, kann unser Generalstab die Invasion vorbereiten und innerhalb von drei Monaten ist ganz China besetzt. Ich weiß nicht, warum Wang mich immer wie ein Chinesen gehalten hat. Hört zu, ihr drei. Ihr sorgt dafür, dass Wangs Leiche verschwinden. Jawohl, Herr. Aber unauffällig. Komm mit, Anedo. Komm mit, Anedo. Er hat es nicht bei sich. Jemand ist uns so vorgekommen. Ja, Kawasaki oder Keegan. Komm mit mir. Und du geh da entlang, Tricky. Ich bin völlig außer Atem. Ich muss ein bisschen ausruhen, dann gehen wir weiter. Außerdem habe ich Hunger. Besorge etwas zu essen. Ja, Sir. Lissa, das Dokument ist verschwunden. Ich weiß, wer es hat. Kawasaki besitzt es jetzt. Und er sitzt da drüben auf den Stufen. Er ist allein. Das ist die Chance, es ihm abzunehmen. Sieh dich vor, er ist ein gefährlicher Mann. Wenn ich es ihm abgenommen habe, bringst du es in Sicherheit. Bring es am besten gleich zu General Wang hoch. Ja, gut. Sei vorsichtig. Du weißt, ich kann dir bei dem Kampf nicht helfen. Ja, komm mit. Hier, fang auf und verschwinde. Gut, du weißt, wo ich zu finden bin. Gut, du weißt, was du weißt, was du weißt, was du weißt. Gut, du weißt, was du weißt, was du weißt. Wie ist er? Mr. Shan, ich habe es. Wer hatte denn nun das Dokument? Kawasaki. Chuiki hat es ihm entrissen. Er kämpft mit Kawasaki bei den alten Tempeln. Sie müssen ihm helfen. Ist er allein? Ja. Gehen Sie zum Tong-Tempel. Dort wartet der General. Ich werde mit Chika Chuiki zu Hilfe kommen. Ja, ist gut. Ich werde mit Chika zu Hilfe kommen. Ich werde mit Chika zu Hilfe kommen. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja.